Und da sind wir wieder. Daheim, daheim im Garten von Udwin. Wir haben einiges an Pilzen. Eigentlich sind Pilze gar keine so schlechte Idee. Wisst ihr das? Habt ihr schon von gehört? Und der liebe Ballon-Zombie sagt mir, dass es auch gar keine so schlechte Idee ist. Na, mal was mit Pflanzern zu machen. Und mit diesen Stinkmeuchelpilzen. Das ist eigentlich eine Idee. Obwohl... Hm... Nee. Nee. Pff. Ach ja, das gute Alter auf den Boden spucken. Ähm... Ja. Toll. Und jetzt... Fragen wir uns. Wieso? Schnapper. Das ist besser als Pilz. Ja... Das ist doof. Ich bräuchte noch ein... Ich bräuchte sogar noch Katzenschwänze. Oh... Lassen wir die Pflanzern auch weg. Wir brauchen noch das hier. Hm... Aber gut. So wird es vielleicht funktionieren. Wir machen einfach sehr viele Angsthasenpilze. Hinten hin. Vorne hin ein paar Schnapper. Und in der Mitte Katzenschwänze. Dann wird das. Hoffen wir es mal. Irgendwie läuft es in letzter Zeit sowieso niemals so, wie es sollte. Aber wir probieren es mal aus. Dam-da-da. Und die Flantern können wir schon wieder vergessen. Ist das nicht... Och, was mache ich denn? Warte mal kurz. Das machen wir nochmal von vorne. Ich habe doch extra die Angsthasenpilze geholt. Das geht doch nicht. Die müssen wir doch hinten hinsetzen. Ähm... Da. Da. Da, da, da. Ähm... Was war das noch? Das, 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 das. Ja. Ah! Meerpilze. Stimmt. Hm. Oder? Brauchen wir die Meerpilze? Brauchen wir noch Meerpilze? Ha, 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 ha. Auf irgendeine Weise eigentlich nicht. Nehmen wir sie mal raus und nehmen die Walnüsse dafür. Oder durch die Flantern. Ich kann mich nicht entscheiden. Nehmen wir die Walnüsse. Passt schon. So. Eins, zwei. Mach es mal so. Ja, mach mal so. Was soll's. Das heißt, die kommt da hin, wo ich sie gar nicht mehr sehen kann. Verdammt. Hm. Oder doch noch eins nach hinten. Ich glaub, das ist besser. Dann weiß ich wenigstens, wo die stehen, die Dinger. Zwei Reihenpustepilze müssen ja reichen. Wir wollen ja nicht zu geizig sein. Hm. Hallo, lieber Zombie. Was hast du mir denn mitgebracht? Ach, ein Kopf. Den nehm ich. Leg ihn einfach mal da hin. Dankeschön. Den schau ich mir später an. Dö, 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 dö. Hm. Hm, hm, hm. Äh. Äh. Hallo? Unhöflich und sowas? Schon mal davon gehört? Gibt's ja nicht. Kommt einfach, er entfrisst meine Pilze weg. Ich glaube, es hackt. Hm. Hm. Das noch. Der da unten ist zusammengebrochen. Spontane Herzanfall. Die Ärzte fanden das kopflose Opfer. Die Todesursache war wahrscheinlich ein Herzanfall. Ha, 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 ha. Ja, ja. Die guten alten Schnellbegreifer in der Gerichtsmedizin. Und fuck, noch mal. Ich brauche hier irgendetwas, das den Zombie ablenkt. Äh, ablenkt. Nicht ableckt. Um Gottes Willen, nein. Leck nicht den Zombie ab. Naja. Wer weiß. Vielleicht schmeckt er sogar. Hm. Ja, dann friss den Pilz. Tu doch, tu doch. Draust dich doch eh nicht. Gut, er hat. Aber das muss jetzt niemand erfahren. Geld. Her damit. Meins. Geld ist toll. Geld regiert die Welt. Money makes the world go round. Hm. Äh. Fug, fug. Le fugge. Le fugge, le fugge. Katzenschwänzi. Mir fehlt jetzt gerade ein. Äh. Fug? Nein. Nicht den großen Pilz. Alles. Nur nicht den großen Pilz. Verdammt. Das ist doch gemein. Jetzt tun wir die Mitte wirklich nur mit Katzenschwänzen absichern. Ob das so gut ist, ich weiß hier nicht. Naja, wird schon klappen. Das funktioniert schon. Hoffe ich. Ich bin voller Zuversicht, dass dies funktionieren wird. Nicht. Nicht. Ach, da kommt wieder einer mit Ballon. Ballon, die dong, die dong, die dong. Und da kommen wieder mehrere. Aber da können wir hier aussorgen. Und da. Und dann haben wir doch bald ziemlich abgesichert. Viele Katzenschwänze. Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar hin. Mal schauen. Mal schauen. Da vorne kommen dann auf jeden Fall Walnüsse hin. Koste es, was es wolle. Und sei es wolle. Oder? Nein. Oh. Die Stummerchen. Dumme. Kien. Oh. Bist ihr da hinten mal? Oh. 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 Nein. Wieso verfehlt ihr den? Hallo? Schießt auf den. Das ist halt das Problem, wenn... Wenn Frauen bei der Arbeit sind. Das ist doch eine Frau. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wenn es ein Mann ist, ist es für mich trotzdem eine Frau. Das ist ja auch ein Mann. Oh. Hm. So. So. Na. Wie sieht's aus? Blasen? Hohohohoho. Oh mein Bauch. Hohohoho. Oh Gott. Der Tag der Flachwitze. Er ist wieder da. Machen wir mal die hin, oder? Diese. Drop. So. Drop. Sichern wir mal so langsam ab. In der Richtung. So lange geht das Level eh nicht mehr. Wir kommen gar nicht mehr dazu, das alles so auf- und auszubauen. Wie ich mir das in meine Träumen ermalt hatte. Wie ich die Vision hatte. dass es geschieht. Hm. Das ist alles nicht so leicht. Hm. Eine riesige Welle von Zombies. Die nächsten zwei würde ich dann da vorne hinsetzen. Dann noch die Walnüsse davor. Aber dann machen wir es eben so. Letzte Welle. Dann zeigt mir eure letzte Welle. Ihr Würmer. Ihr Maden. Waren seine letzten Worte. Sie standen auch auf seinem Grabstein. Wie war das nochmal immer mit den letzten Worten? Hm. Warum? Warum sind da eigentlich rote Punkte an der Wand? Hm. Nein. Ich höre gerade mein Handy vibrieren. Verflucht. Verfluchte Mobiltelefontechnik. Störe mich nicht in meiner Aufnahme. Ich befehle es dir. Du kannst nicht vorbei. Okay. Dann klicken wir auf den... Moment. Das schneide ich dann einfach raus. Wir sehen uns dann einfach beim... Nach dem Sack. Richtig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.